Achtsamkeitsübung Nummer 4 Disidentifikation üben Eines unserer Hauptprobleme im Umgang mit Schmerzen ist, dass wir einerseits in Gegnerschaft treten zum Schmerz und dabei viel Kraft verbrauchen, die wir anderswo besser einsetzen könnten, und dass wir uns involvieren lassen in Einfälle, die uns unser Geist zum Thema Schmerz anbietet. Alles aber, mit dem wir gedanklich verschmelzen, mit dem wir uns identifizieren, ist geeignet, uns zu beherrschen. Wenn das Leidhaftes ist, mit dem wir uns identifizieren, dann wird uns das Leid beherrschen. In einem solchen Fall bietet eine Disidentifikation einen Ausweg. Vorzugsweise verschmelzen große Anteile unserer Persönlichkeit mit dem, was unserem Geist attraktiv erscheint, wodurch wir uns den Zugang verwehren zu anderen Persönlichkeitsanteilen, die Erfreuliches zu bieten hätten. Wollen wir uns also vom Leiden befreien, kommen wir nicht darum herum, eine systematische Spaltung herbeizuführen zwischen uns selbst und leidassoziierten Gedanken und Gefühlen. Es gibt Konzepte, diese Einsicht umzusetzen. Im Gegensatz zu den ersten Übungen, in denen es einerseits um einen Notausstieg aus Anhaftung und Ablehnung ging und eine Schulung unserer Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit, widmen wir uns jetzt der Arbeit, mit unserem Persönlichkeitszug uns ständig involvieren zu lassen in Geisteszustände, die nicht gut für uns sind. Die Einsicht, die es zu verinnerlichen gilt, besteht darin, dass Geisteszustände wie Traurigkeit, Ärgerlichkeit, Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit erstens der Vergänglichkeit unterliegen und zweitens nur einen Teil unseres Selbst ausmachen. Während unser Geist von der fehlerhaften Überzeugung ausgeht, dass diese Zustände stabil und überdauernd einerseits und Teil unseres Selbst andererseits sind. Es ist aber so, dass Wahrnehmender und Wahrgenommenes nicht identisch sind. Sie müssen systematisch voneinander unterschieden werden. Im zweiten Schritt, wenn dann diese Unterscheidung stattgefunden hat, schlagen wir uns auf die Seite des Wahrnehmenden, des Beobachters. Dieser Beobachter ist ja definitionsgemäß ruhig, gelassen und neutral. Dadurch wird erreicht, dass wir die Wahrnehmenden uns frei und unabhängig machen von dem, was wir wahrnehmen. Wenn das belastende Inhalte sind, machen wir uns dadurch von ihnen frei. Da die Tendenz, uns automatisch mit unseren Gefühlen, Gedanken und Bildern zu identifizieren, mit Leid verbunden ist, können wir im Kehrschluss durch Disidentifikation Leid reduzieren. Wir halten also fest, anstatt uns wie bisher mit dem wahrgenommenen Leidhaften zu identifizieren, geben wir diese angeborene Eigenschaft auf und identifizieren uns mehr und mehr mit dem nicht involvierten Beobachter. Nun zur Übung selbst. Wie immer, wenn wir formal meditieren, begeben wir uns in die Ausgangsstellung, die wir auch immer dann aufsuchen können, wenn Ablenkungen oder Störungen auftreten. Wir nehmen unsere äußere Position wahr, ob sie wirklich geeignet ist, entspanntes Üben möglich zu machen, ohne Schläfrigkeit zu fördern. Dann wird alles, was außen ist, mehr und mehr an Bedeutung verlieren und das, was innen ist, bedeutsamer. Ohne einzugreifen, beobachten wir die Atmung, wie es in uns atmet, um dann diese Übung mit dem Attribut der Freundlichkeit zu versehen, vielleicht mit einem angedeuteten halben Lächeln, um dann die Beobachtung mehr und mehr zu vertiefen, indem wir mal den aktiven Teil, die Einatmung, und mal den passiven Teil, die Ausatmung betrachten. Wie bei der Ausatmung sich das Zwerchfell entspannt und die Luft frei ausströmen kann und wie dieser entspannte Zustand auch auf den ganzen Körper übergehen kann. So sehr, wie Sie das mögen und können. Vielleicht nehmen Sie nun die Position des inneren Beobachters ein, wie Sie das bereits geübt haben, als Sie den ersten vom Geist angebotenen Einfall betrachteten. Im Gegensatz zu der früheren freien Assoziation greifen Sie nun nicht den ersten Einfall überhaupt heraus, sondern grenzen Ihre Auswahl ein, indem Sie die Dinge betrachten, die Ihnen beim Thema Schmerz als erstes einfallen. Das können sensorische Qualitäten sein, wie schneidend, ziehend, klopfend, pochend oder auch gefühlsbetonte wie fürchterlich, quälend, marternd. Was auch immer Ihnen dazu einfällt, immer dann, wenn Sie einen Einfall haben, versehen Sie diesen Einfall mit einem Etikett, zum Beispiel Gedanke oder das Etikett Erinnerung oder Gefühl oder Bild und legen dann diesen Vorgang als erledigt ab, vielleicht in einen Korb oder eine Schachtel, indem Sie sich wieder auf Ihre Atmung rückbesinnen. Die Ausgangsposition. Dabei passiert Folgendes. Indem Sie Ihre schmerzbezogenen Einfälle betrachten aus der Position des Beobachters und indem Sie dafür jeweils ein Etikett vergeben, setzen Sie einen Trennstrich zwischen sich selbst als Persönlichkeit und einem angebotenen Einfall und einem angebotenen Einfall Ihres Geistes zur Fragestellung Schmerz. Wahrnehmender und wahrgenommenes werden unterschieden. Sie fahren dann in der gleichen Weise fort. Was für ein Gedanke, was für ein Bild, was für ein Vergleich kommt mir beim Thema Schmerz in den Sinn? Betrachten. Jetzt kommt die Etikettierung als Gedanke oder Erinnerung und so weiter. Und schließlich kommt das mit Etikett versehene Teil mit dem Vermerk Erledigt in die Ablage. Und zwar, indem Sie sich auf die Atmung zurückrichten. Nach kurzer Zeit der Ruhe wenden Sie sich erneut an den Beobachter und wenden sich Ihrem dritten Einfall zu und legen auch diesen dann wieder ab. Ich lasse Ihnen ein wenig Zeit und melde mich gleich wieder. Wenn Sie sich zurückblickend an diese schmerzbezogenen Einfälle erinnern, dann werden Sie vielleicht feststellen, dass der Einfall wirklich nur ein Einfall ist. Aber getrennt zu sehen ist von Ihrer Persönlichkeit, die mehr ausmacht als dieser Einfall. Sie haben einen Körper, aber das, was Sie ausmacht, ist nicht nur Ihr Körper. Der Körper ist ein Teilaspekt Ihres Selbst. Sie können Ihren Körper sehen und fühlen, aber das, was Sie da sehen, macht nicht Sie selbst in seiner Gesamtheit aus. Sie sind der Betrachter. Ihr Körper kann gesund oder krank, erfreulich oder unerfreulich, hilfreich oder belastend sein, aber das hat nur zu einem Teil mit Ihrem inneren Ich zu tun, dem Betrachter des Ganzen. Sie sind nicht nur Ihr Körper. Ihr Schmerz kann ermüdend, quälend oder scheußlich sein, aber das hat doch nur zu einem geringen Teil mit Ihrem eigentlichen inneren Ich zu tun, dem Betrachter der Einfälle, die Ihnen Ihr Geist zum Thema Schmerz anbietet. Indem Sie diese Übung durchführen, werden Sie bemerken, dass der Schwierigkeitsgrad zugenommen hat. Sollte das Unbehagen auslösen, dann können Sie die Übungen eins bis drei weiter durchführen. Solche Widerstände sollten Sie respektieren und nicht brechen, denn nur der Respekt und liebevolle Umgang mit sich selbst wird Sie weiterbringen. Versuchen Sie nach einer Weile, deren Länge Sie selbst bestimmen, wieder einmal aus der stabilen Ausgangsposition heraus, den Beobachterposten einzunehmen und all das mit einem Etikett zu versehen und abzulegen, dass Ihnen beim Thema Schmerz in den Sinn kommt. Wenn Sie drei oder vier dieser Einfälle abgelegt haben, sagen Sie sich vielleicht abschließend mit innerer Stimme, dass Sie einen Körper haben, aber nicht Ihr Körper sind, dass Sie einen Schmerz haben, aber nicht der Schmerz sind, dass Ihr Geist ständig Angebote macht zum Thema Schmerz, dass Sie aber keineswegs verschmolzen sind mit diesen Angeboten. Sie sind nur der Beobachter. Schmerz, dass Sie nicht die Schmerz sind, wo Sie eine Schmerz sind, zur Einfluss Die Schmerz, dass Sie in den Schmerz sind, dass Sie nicht nur ein碎, dass Sie nur die Schmerz sind. Untertitelung des ZDF, 2020